ein herzliches hallo zu elders cross online die letzte folge hatten wir beendet in dem wir einfach zu den typen gelaufen sind und nicht lange schnacken ich suche nach einer jägerin die gloria fosta ist vielleicht wurde sie zusammen mit ihm verschleppt diesen blutdorn bastarden das war eine gute quest 28 gold dafür dass ich mit dem gequetscht habe vielleicht könntet ihr helfen den herzog aus einer eher heiklen situation zu befragen was ist geschehen unfähige stadtwache hat zugelassen dass der herzog entführt wurde das ist passiert bitte ihr seht aus als wüsstet ihr was ihr tut jemand mit euren fähigkeiten könnte uns doch sicher helfen wer hat den herzog entführt und der herzog außer gefecht gesetzt ist wenigstens ist die löwen garte endlich angekommen nachdem was ich zuletzt gehört habe in der nähe des leuchtturms sein alles klar erzählt mir von herzog bastian hast du es gemacht ja ja sebastian ist der herzog von kam loren zu sagen er liebt seine untertanen und sie lieben ihn er wurde von faulchu und seinen wehrwölfen aus kam loren vertrieben nun regiert er aus seinem exil in altfelden nun zumindest hat er das vor seiner entführung die habe es faulchu ist ein schrecklicher unhold er führt die wehrwölfe an die kam loren angegriffen haben und er hat die rechtmäßigen herrscher gezwungen ihr heil in der flucht zu suchen und jetzt keine ahnung was der blutdorn kult vor hat ich könnte raten da der großteil unserer kräfte mit der belagerung von kam loren gebunden ist sind wir hier deutlich unterbesetzt und offengesagt ist die örtliche wache keine hilfe ohne den herzog kann der feind altfelden einnehmen dann fallen sie unseren truppen in kam loren in den rücken naja kennt sich aber sehr gut aus lebt wohl so jetzt müssen wir sprechen mit leutnant ja dann müssen wir dahinten es ist weh und mal blutsch das ist ja ein ab dass er mit guck mal das leuchten links da ja müssen wir nicht hin wo ist ein buch ich muss meine mini mal wieder umstellen ja jetzt gar kein buch ist es nicht nein also ich hab da eben buch gehabt wie heißen das keine ahnung wo sehe ich das jetzt irgendwo also ich hatte eben ein buch hier ist auf jeden fall der typ direkt hatte hier immer noch eine quest annehmen die in dem haus hier wenn man das haus hier rein holt ist ich bin da immer schneller als du ja irgendwie ja es ist ein verlassenes haus das sieht doch interessant aus was ist dein vater denn zugestoßen sie kamen in der nacht sie drangen in den leuchtturm ein und haben uns im schlaf angegriffen ich bin hierher gerannt und habe mich versteckt ihr werdet mich doch nicht dazu zwingen von hier vorzugehen oder ich fühle mich hier sicher bitte ihr könnt hier bleiben aber ihr müsst mir zählen wer euren vater getötet hat die blut da um mein armer papa ich habe nicht einmal seine gute alte pfeife um mich an ihn zu erinnern wenn ich doch nur dieses eine kleine ding hätte könnte ich vielleicht etwas trost finden brauchst du was zum blasen oder werden mal die pfeife finden was zum blasen wahrscheinlich ja also ich finde ja meine rüstung sieht cooler aus als deine und ich mir nur gesagt haben jemand helmen sieht cooler aus naja komm lauf weiter was machen wir jetzt finden wir erst die scheiß wir sprechen hier mit dem tippen müssen wir hier rein also hier in der story geradeaus ich bin hier um bei der rettung des herzogs zu helfen ich könnte einen erfahrenen krieger gebrauchen es hat keinen sinn sich auf die örtliche wache zu verlassen sie sind einfach überfordert der herzog ist im leuchtturm und wird von blutdornen bewacht ich wollte erst auf verstärkung warten bevor ich etwas unternehmen ich werde den herzog retten aber wagemutig nun gut wenn die verstärkung eintrifft werden wir aufpassen dass keiner der kultisten entwischen kann und wenn euer plan nicht geht erheben wir später in der tabern danke sehr nett wir sollten dem herzog zusätzlichen schutz bieten und verhindern dass so etwas passiert zu schade dass wir nicht früher hier waren die örtliche wache war ja dann konfrontation mit blutdornen vorbereitet so ja wenn wir da war noch nicht ganz fertig wort zu fack habe fünf gold jeder hat eben bei mir bei der kette ein ganz ganz komischer grafik gehabt hast du weißt du weggeschleudert das sieht also ganz komisch aus keine ahnung warum müssen wir die alle killen hier ja es gibt erfahrung ja was kann die ja sieben gleich was sie kann muss ja erstmal aufschließen du kannst sie nicht aufmachen also ich kann die nicht noch mal aufmachen und reingucken ich kann ja alles rausholen wenn es für dich dabei ist gebe ich jetzt einfach ich habe eine macht rohne merke schon ich habe schon ich habe mir die macht rohne geholt tatatata eisenhänze der ausdauer habe ich aber schon was bringen die 35 rüstung 5 ausdauer was hände das ja 35 rüstung 5 ausdauer ja ja gibt mir die mal her ich habe zwar 5 ausdauer aber 26 rüstung bitteschön dankeschön verzauberung maximale ausdauer hallo ist bitte wird das ganze bild rot ja immer totgestochen die kette erinnert mich ein bisschen so an skorpios kette wenn du wenn du so eine feld finisher muss machst ja drehen den stentzend das song ich komme das nur da ist die pfeife aber wer ist das was hat ja jaja wer ist das denn erste fahrer kommt sterblicher zu diesem armen wir sind ja ich bin so ein mikrofon so ich werde euch helfen aber ich muss eure pfeife zu eurer tochter bringen sie denkt dass sie ihren dass ihr trost schenken wird meine doch da ist vor lauter trauer verwirrt wie kann sie euch in einen schlupfwinkel übler kultisten schicken nur um eine pfeife zu holen das ist die reinste sie sollte etwas wirklich wertvolles bekommen etwas das ist ihr erlaubt ihr leben was schlagt ihr vor über jahre habe ich gold unter einem baum im südwesten des leuchtturms versteckt grabt es aus und geht es meiner tochter dann soll sie zu meinem bruder nach kreuzgrad gehen dort kann sie ein neues leben beginnt okie dokie alles klärchen einfach zermetzelt wird er guck mal hier was haben wir denn hier kann man alles verkaufen so wir müssen hier links auch noch rein hat hat höhe ja also ich muss mir jetzt überlegen was ich mache das weg schleudern oder das hinten hinfressen na toll vor die leere gestoppt reichturm so äh ups wandschrank feierstall wandschrank bücher 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 schmiedenschwere rüstungen aber ich hab nichts gekriegt toll hier kleiderschrank schlafen warte 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 tschüss he 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 uah was denn hier los er legt sich genau falsch rum hin was geht denn hier ab leute kommst du jetzt her ja warte ich muss schlafen warte ich muss noch hier für die zuschauer zeigen wie schön ich in diesem bett schlafen kann naja ala komm ja warte doch mal ich muss erstmal die treppen hochlaufen hier ist ein stein ach hier da herzog sebastian ihr seht nicht wie ein blutdornkultist aus ich vermute dass dies ein rettungsversuch ist joa joa kann man so sagen die göttlichen seien gepriesen die kultisten halten mich mit hilfe dieser fokus kristalle gefangen ich bin in magischen dingen zwar nicht unbewandert aber innerhalb dieses schutzzaubers ich werde die kristalle zerstören ok ein kristall das bin es batsch achso ich einfach nur eh drücken batsch dann muss ich da auch noch machen endlich frei und jetzt schnell weg von hier aber da gibt es noch was aha so wurden also leuchtschirme früher gebaut also die haben einfach eisenplatten ja interessant danke mein freund aber ich bin nicht der einzige gefangene des kult wen haben sie sonst noch entführt ich habe die kultisten belauscht sie haben eine gefangene die eine gefahr für faulchu den anführer der werwölfe darstellt sie haben vor sie hinzurichten falls sie wirklich eine gefahr für ihn ist dann scheint es wichtig zu sein dass wir sie retten ich werde sie finden und befreien sehr gut sehr gut trefft mich dort nachdem ihr diese mysteriöse frau gerettet habt lebt wohl jawohl lebt wohl zack und wir springen die leuchtung runter ja genau wir knien uns hin quasi ich knie mich niemals hin so ah hier längs links ist aber andersrum hier längs längs nicht links sondern längs ein weiches G längs okay gloria fauster seid ihr nicht ein wenig zu klein um mich hinzurichten bitte was ihr könnt ja nicht einmal die axt heben geschweige denn dass das blut drin gerade woanders sind spart euch die beleidigung für die blutdornen ich bin hier um euch zu befreien fantastisch schneidet mich los wir werden diese hunde von blutdornen töten und dann faulchu und seinen wehrwürfen nachsetzen heranzug Sebastian wird zuerst mit euch reden wollen Sebastian wir haben nicht viel zeit für Sebastian na schön wir werden mit dem herzog reden dann lasst uns gehen wir haben keine zeit zu verschwenden haltet still ich schneide euch los ich danke euch mein freund das war eindeutig zu knapp wir sehen uns in Alphäden toter ah Bücherregal legendäre beste bestie reale Kriffe von Drusus auricula Aufseher der Kaiserlichen Bibliothek und Grillbadglir was ist denn Grillbadglir was Butterglirkraut und Bratfett jee ich hab was gelernt na jetzt müssen wir wieder zurück sind zum Leutnant wahrscheinlich wahrscheinlich ja ja das ist wieder ins leere geschlagen geschlagen da was da ist zack war das deine? muss deine gewesen sein weil meins macht feuer nemals macht gibt schon 1 macht ne meins macht keltischer normaten das vorhin die ganze zeit feuer gemacht hey ok die kette macht feuer und dann schlägt dazu ja das behaupten der osmanische schülle brecht mit herzig sebastian findet die drehen das versteckt machen wir noch schnell kommen croco da hinten ist adriens versteckt ist eigentlich einfacher wenn man lederrüstung nimmt man schon hat leder also so ein monster mehr häufiger und jute findet man auch ziemlich häufig wo hat denn jetzt die schaufel auf einmal her das marsch gezogen ja blöde frage blöde antwort ich dachte papa sei in der nähe aber jetzt nichts habt ihr seine pfeife ich will ihn noch nie loslassen das war dort er hat eine nachricht nehmt dieses geld und geht nach kreuzgrad er ist erschienen nicht gesprochen ich erkenne diese tasche wieder was ist da drin immer ganz der pragmatiker das ist mehr als genug um ihr vorräte aus altfelden zu besorgen dann kann ich weiter nach kreuzgrad viel spaß ich möchte abschließen 490 erfahrung gekriegt so dann geht es mal weiter ich muss meine erweiterung einstellen was denn genau ich muss die manimap einstellen weil wie warum aha was machst du da ähm sag es mir infosettings warte mal wo ist denn das infosettings ich sehe nämlich ich sehe nämlich nicht die bücher oder sowas ok in der minimap zumindest sehe ich die eigentlich hier ne ich sehe doch in bücher sehe ich aber nicht in der minimap boah da müssen wir noch einiges machen tschau lalala äh wo ist denn da jetzt in der stadt da drin oder mhm nämlich städtchen wie kann man nicht die arme so verschränken das muss ich auch noch wissen cross arms vielleicht warte mal ne passiert nix vorläufiger befehlstand des herzugs erzeug sebastian hier bin ich also sicher und wohlbehalten zurück in altfelden das habe ich euch zu machen habt ihr mit gloria gesprochen ja und ich teile eure bedenken über camlorn und altfelden wir müssen uns ein für alle mal um diese werwölfe kümmern genau ich hoffe darauf euch für diese sache gewinnen zu können natürlich gloria vermutet dass foulschuss agenten unter uns sind selbst werwölfe hier in altfelden in der tat sie verstecken sich in menschlicher gestalt genauso haben sie es in camlorn gemacht bevor sie zuschlugen wir müssen sie finden und vernichten bevor altfelden das gleiche schicksal erleidet wie das arme camlorn wie kann ich die getarnten werwölfe entdecken gloria sagt man könnte dieses amulett einsetzen um getarnte werwölfe aufzuspüren ich bin sicher dass sie euch mehr darüber erzählen kann wenn hier werwölfe sind werde ich sie finden jo und ob wir sie sie finden wie viele wir finden ob wir sie alle töten ob wir gebissen werden ob wir selbst überwerfen werden oder ob wir uns gegenseitig töten das seht ihr alles in der nächsten folge ja viel spaß dabei bis zum nächsten mal tschüss 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 Vielen Dank.